Was geht denn da? Melo Venti Michelea hat That Night mit J.Lo. Sie wären das Traumpaar schlechthin, Melo Venti Michelea, 40, ist seit der Hitze Regel Morghils einer der begehrtesten Junggesellen Hollywoods. Auch Jennifer Lopez, 48, könnten nicht mehr Bewunderer zu Füßen liegen. Jetzt genießen die schönen Schauspieler ein paar Mousselstunden zusammen. Neue Aufnahmen zeigen den dunkelhaarigen Frauenschwarm und die feurige Latina gemeinsam in einem Restaurant. Dabei schauen sich die beiden tief in die Augen, bevor seiner Verabredung zärtlich die Haare aus dem Gesicht streicht. Verknallte Fans der zwei Filmstars können aber aufatmen, bei der süßen Liebelei handelt es sich lediglich um eine Szene des gemeinsamen Filmprojekts Second Act. Wie Venti berichtet, geht es in der romantischen Komödie um eine Kaufhausangestellte, gespielt von, die sich neu erfindet. Sie ergreift die Chance, den Menschen von New York City zu beweisen, dass praktisches Knoho ebenso wertvoll ist wie ein Hochschulabschluss. Dabei schlüpft in die Rolle ihres Langzeitpartners. Der Film soll 2018 in den Kinos anlaufen. In Wirklichkeit sind die Onscreen-Low-Weberts bereits glücklich vergeben. Während sich bei den MÜ Awards im September zum ersten Mal mit seiner neuen Flamme zeigte, wurde die Beziehung zwischen der Do-It-Weh-Sängerin und dem Baseballspieler Alex Rodrichs, 42, im März öffentlich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017